Guck mal Berti, das ist hier in Süsterseel die schöne Kirche. Ja, schön. Da kommt ja auch Pfarrer Bohne. Guck mal, der kennt sich hier ganz gut aus. Der wohnt nämlich hier. Ja, wer ist das denn in unserer Kirche? Na, wer bist du denn? Ich bin Berti. Ach, Berti bist du? Ich bin sieben Jahre alt und in der zweiten Klasse schon. Oh, da bist du ja schon groß. Und, warst du schon mal hier in der Kirche? Nee, hier war ich noch nie. Wo kommst du denn her? Weißt du nicht genau? Müssen wir mal deine Mama fragen. Aber auf jeden Fall bist du mit Silke jetzt mitgekommen. Genau, ja. Schön. In der Schule in Schalburg war ich schon mal bei den Kindern. Ach so, da warst du schon in der Klasse. Waren die lieb? Schön, ja. Die sind ja so in deinem Alter, ne? Warst du auch im zweiten? Ja, zweite Schuljahr. Ach, schön, ja. Dann kennst du ja schon einige von den Kindern hier. Vielleicht gucken ja Schallbrucher Kinder zu. Ja, das wäre super. Dann sag doch mal Hallo. Hallo, Kinder. Ja, das ist ja toll. Ja, liebe Kinder. Wir wollen ab Freitag einen Kindergottesdienst machen. Immer freitags um 6 Uhr. Nein, nicht morgens früh, 6 Uhr abends. 6 Uhr nachmittags. Was machst du eigentlich morgens um 6? Schläfst du da noch? Ja, da schlafe ich noch. Aber wenn ich zur Schule muss, dann muss ich auch schon früh aus. Moment, darf ich nicht zur Schule. Jetzt brauchst du ja nicht, ne? Aber dann hat deine Mutter es gut, wenn du um 6 Uhr noch schläfst, ne? Weil sonst würdest du die ja schon verrückt machen, ne? Aber schön. Ist es dir denn langsam langweilig, so ohne Schule? Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich meine Schulfreunde gar nicht mehr sehe und meine Lehrerin und dass ich auch nicht auf dem Spielplatz spielen kann und mit meinen Schulfreunden spielen kann. Aber weißt du, was ich jetzt ganz toll finde? Dass alle deine Schulfreunde dich im Fernsehen sehen können. Du warst doch wohl noch nie im Fernsehen. Oder warst du schon mal im Fernsehen? Nein, ich war noch nie im Fernsehen. Ja, cool. Ich bin aufgeregt. Dann grüßen wir jetzt nochmal alle Freunde, alle Kinder aus dem Selfkant und natürlich auch aus anderen Orten. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr Freitag dabei seid. Ab jetzt jeden Freitag. Ich freue mich auch. Tschö. Tschö.